So, guten Tag und willkommen in der Open Beta zu Vorone. Ja, wir sind wieder da. Wir haben ein bisschen andere Klamotten an. Wir müssen natürlich wieder alles neu freispielen. Oh, wir kriegen Besuch. Und da haben wir schon mal den Essen auseinandergenommen. Nicht mit mir, Mädels und Jungens. Und den Nächsten. Da kennen wir nix. Da werden die Leute geschlachtet. Alles eingenommen. Kommt daher, wenn ihr was wollt. Jetzt müssen wir mal weg hier. Irgendwann gibt es keine Ausdauer mehr. Ich muss hier weg. Hier sind so viele Minions, die mir hart auf den Sack gehen. Das gibt es ja nicht, mein Freund. Und den Nächsten. Läuft ja wie ein Länderspiel hier. Okay, der wurde exekutiert. Und den Nächsten, Junge. Hier werden die Köpfe rollen, Junge. Sollen wir erst mal zu A gleich gehen. Hier haben wir verloren. Dann müssen wir mal wieder hoch. Die Köpfe rollen, Junge. Auch. Wir sind jetzt mit dir. Wir sind hier. Hier bin ich. Wir sind jetzt von hier. Komm her, ich bin tot. Irgendwann musste ich ja auch mal stehen. Bei mir ist keiner, mich wird keiner wiederbeleben. Nee, mich wird keiner wiederbeleben. Auf geht's. Auf zu A, dann haben wir alle Points. Das ist nämlich gerade keiner, aber ich glaube, ich kriege gleich Besuch von zwei Leuten. Oder auch nicht. Mal schauen. Ich nehme erst mal A ein. Oioioi. Oh. Guten Morgen. Mal wieder einexekutiert. Ist mein zum Tode geweiht. Minions klatschen. Erst mal wieder nach hinten. Bisschen Ausdauer holen und leben. Leben für alle. Oh, da sind zwei. Da muss ich mal weg. Ah, jetzt sind wir gestorben. Wie sieht's denn aus? Sieben, zwei. Vielleicht werde ich ja revived. Ja, es wird wiederbelebt. Sehr nice. Und exekutiert. Ein besserer Tod, als sie verdient haben. Ein besserer Tod, als sie verdient haben. So sieht es nämlich aus hier. Euer Freund ist gefallet. Ich tünden an. Jetzt muss ich mal ein Stück zurückfallen. Jetzt gehen wir mal auf... Oh Gott, da sind... Da kommen zwei. Da sind wir mal auf. Tod Na, hat den anderen wiederbelebt Aber von uns ist da keiner Das heißt, wir werden spawnen So, und jetzt geht's wieder los Aber haben wir B haben wir leider nicht Wir müssen echt uns mal um die ganzen Dings kümmern Leben oder Tod, mein Freund Der ist auch tot Da vorne Auch weg Einer ist noch Ist der Penner Ich geh erstmal C einnehmen Nebenbei noch Irgendwo muss der Penner ja sein Ah, bei A Ah, keine Chance da rum, oder? Was, der hat unseren Mann weggemacht? Sieg Da haben wir mal wieder gewonnen Wie ein Krieger Wie ein König des Krieges Fünf Ziele haben wir eingenommen 13 Hellen Kills und sind nur dreimal gestorben Also das muss man erstmal schaffen Ah, haben wir eine neue Schneide gekriegt Für die Axt Er erreicht es Level 2 Jawohl Sehr schön Sehr schönes Ding Sehr schönes Ding Das war schön Das war schön Das war sehr, sehr schön Und dann würde ich sagen Wir sehen uns das nächste Mal Wenn wir wieder 4 Honor spielen Also haut rein Bis denn dann Tschüss Tschüss